Genauso wie der ANOVA für unabhängige Daten, liegt auch der Messwiederholungs-ANOVA ein ganz einfaches, lineares Modell zugrunde. Die meisten der darin enthaltenen Symbole kennen wir schon. Wir gehen sie trotzdem nochmal im Einzelnen durch. µ, das ist wieder unser Populationswert, also der theoretische, wahre Wert, den unsere Versuchspersonen abliefern würden. Zum Beispiel die Fahrleistung. Genau dann, wenn es keinen Messfehler gäbe und auch keine Wirkung von irgendwelchen Variablen auf die Fahrleistung einer Person. Dann wären wir alle gleich. Hinzu tritt die Wirkung des Treatments und zwar einer bestimmten Treatment-Stufe, also von 0 Promille, 0,5 Promille oder 1,0 Promille. Dann gibt es so etwas wie einen ersten Fehler und das sind Schwankungen zwischen Personen. Also all die Einflüsse, die dazu geführt haben, dass sich Fahrleistungen von Personen überhaupt schon mal voneinander unterscheiden. Das ist aber ein Einfluss, der uns in der Messwiederholungs-ANOVA überhaupt gar nicht interessiert. Den können wir komplett vergessen. Und schließlich gibt es dort den Fehler Nr. 2. Und das ist der zufällige Messfehler, mit dem wir bei jeder einzelnen unserer Versuchspersonen unter jeder Faktorstufe rechnen müssen. Also eben die Zufallsschwankungen pro Person und Faktorstufe. Diese vier Dinge da oben sind die einzigen Effekte, von denen wir annehmen, dass aus ihnen der Messwert einer Versuchsperson in einer einfaktoriellen ANOVA entsteht. Wenn wir hier eine mehrfaktorielle ANOVA mit Messwiederholung durchführen, also neben der Fahrleistung noch einen weiteren Faktor berücksichtigen, dessen Wirkung auf unsere Versuchspersonen wir überprüfen wollen, dann kämen hier einfach nur noch mehr Terme hinzu. Das Prinzip bleibt aber gleich. Wir haben einen Populationswert, das ist irgendein theoretischer Wert, brauchen wir gar nicht weiter zu beachten. Wir haben die Wirkung der einzelnen Treatmentstufen eines Faktors und des zweiten Faktors, des dritten Faktors und so weiter. Dann haben wir generelle Unterschiede zwischen Versuchspersonen, die uns auch nicht interessieren. Und schließlich haben wir den individuellen Messfehler pro Person und Faktorstufe. Die Quadratsummenzerlegung in der Varianzanalyse mit Messwiederholung ist damit eigentlich genauso einfach wie in der Varianzanalyse für unabhängige Daten. Unsere Gesamtstreuung in den Daten, an unserem Datenbeispiel hier, also die Unterschiedlichkeit dieser 30 Werte hier von unseren 10 Personen, die zerfällt in die Unterschiedlichkeit der Werte zwischen den Personen, also derjenigen Werte, die wir für verschiedene Personen erheben, und der zweiten Quadratsumme, nämlich der Quadratsumme innerhalb einer Versuchsperson, also die Schwankung der Werte, die uns eine Versuchsperson unter allen Faktorstufen abliefert. Wo finden wir nun die Qs zwischen? Nun, eigentlich doch wohl in der Unterschiedlichkeit der Werte zwischen den einzelnen Versuchspersonen, also der Fahrleistung der Versuchsperson 1 gegenüber der Versuchsperson 2, gegenüber 3, gegenüber 4 und so weiter unter der ersten Faktorstufe. Aber doch auch wohl dieselben Unterschiede auf der zweiten Faktorstufe. Und natürlich auch dieselben Unterschiede auf der dritten Faktorstufe. Die ANOVA mit Messwiederholung sagt nun, naja, diese Einzelschwankungen hier, die sind für uns gar nicht so wichtig. Wichtig ist der Mittelwert, und zwar der Mittelwert aller Messungen für Person 1, der Mittelwert aller Messungen für Person 2, aller Messungen für Person 3, für Person 4 und so weiter. Die Unterschiedlichkeit dieser mittleren Messungen für jede einzelne Person, das sind irgendwelche Einflüsse auf die Fahrleistung, die wir nicht kennen. Und das ist unsere Qs zwischen. Also der Grund dafür, dass sich unsere Versuchspersonen prinzipiell schon mal in ihrer Fahrleistung voneinander unterscheiden. Eben unsere Qs zwischen.